Hallo Freunde, GamingNation am Start und yo Leute, was geht ab? Ich wollte euch nur hier jetzt mal ein Infovideo, ich weiß, das ist schon das zweite, wo jetzt kommt, also das mit Survival Land Und das ist jetzt hier also über meinen Server, ja, über meinen Server, ich hab einen Server Und yo Leute, ihr könnt drauf joinen, ich hab Washington Vanilla Server Aber es gibt im Moment noch nicht viel, ja, die Airdrops natürlich und jetzt auch die neuen Waffen Zum neuen Update, das heute rausgekommen ist, gibt es jetzt auch schon die Waffen, ist alles da Und ich hab auch eingestellt, weil es ist jetzt, ich hab jetzt einen Server, neu, okay, ja, Happy Hour Beziehungsweise die nächsten zwei Tage wird es dreifache Loot auf dem Server spawnen Also joint auf jeden Fall drauf, weil gibt es einfach viel mehr Loot, könnt ihr gleich, keine Ahnung, einen Helikopter abstauben oder so, je nachdem Und ich bin dann meistens auch und könnt ihr mit mir schreiben Ich hab auch jetzt ein Teamspeak, steht alles in der Beschreibung, könnt ihr drauf kommen Und dann auch mit mir da zocken und einfach sich auch vielleicht ein bisschen unterhalten Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ein paar auf dem Server wären Und yo Leute, das war's dann auch von dem Infovideo Und alles in der Beschreibung, Name und so weiter Joint einfach drauf, wäre echt cool Man sieht sich dann im nächsten Video, es wird bald nochmal was über Survival Land kommen Und yo, bis dann Leute, haut's rein und Peace